As-salamu alaikum, kleine Muslime. Es ist Zeit für Afgar. Bist du bereit? Dann fangen wir mal an. Sage diese Dua dreimal am Morgen auf und Allah wird zufrieden mit dir sein am Tage der Auferstehung. Jetzt bist du wieder dran. Eins, zwei, drei, leg los. Okay Kinder, das war's für die Morgenduas. Wir sehen uns inshallah bei den Abendduas wieder. Okay. 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 Okay.